tja einen wunderschönen willkommen zum heutigen abend willkommen zu einer weiteren runde silent hill 2 ich war doch im knast wer freuer war ich jetzt hier nur zum speichern hier ich weiß es nicht mehr so mv map welche tür ist jetzt offen wir haben das gewehr hatten wir schon da waren auch schon ein bisschen beschäftigt so ein kleines bisschen ich weiß jetzt nicht welche tür offen ist ich glaube wir müssen zu vage oder oder ich weiß es nicht ach so warte mal okay ich dachte es ist eine waffe vielleicht ich bin gerade am überlegen wir müssen schauen was aktiv ist weiß es nicht erst mal nicht dann ich habe schon wieder ungeheuer da waren wir schon drin ne ja wir haben haben wir einen neuen bekommen ah ok gut haben wir da 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 Schwein hin. Oben, augenloser Eber, okay. Ich hör doch was. Oh, da kommt gleich jemand zu Besuch. Ich muss langsam ein bisschen mit der Munition sparen. Morglicher Rundgang, Vorfall in der Krankenstation D383, hat das medizinische Personalangegriffen versucht, Medikamente zu stehlen. Die Situation ist unter Kontrolle. Mittagsrundgang. Es gibt Gerüchte, dass sich Krankheiten unter den Gefangenen ausbreiten. Ich habe sie an die Verwaltung gemeldet. E130 hatte einen Hustlandfall. Er meldet sich beim medizinischen Personal. Abendrückgang. Oh, so geht's her. Entschuldigung, sind wir im Lager? Alte Bilder sind immer vorbereitet. Gut. Abgeschlossen. Warum? Oh, 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 oh. Habe ich den nicht so drauf, oder was? Die Wachen halten uns für Leprakranke. Keine Ahnung warum, aber sie bleiben weg. Gut so. Irgendwo ist doch was. Warte, Käfer. Gut so. Was passiert mit der Schwester? Wir haben ein bisschen Heilung, aber ich glaube, wir werden es auch brauchen. Was war das? Was für alle war das? Ich weiß nicht, wie weit ich schon im Spiel bin. Gefühlt brauche ich sehr lange. Aus gut Gründen. Ernte, was du gesät hast. Er hat sich eingeschlossen und Schlüsse mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz, aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Er ist wegen der Karte. 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 Er hat sich das zu tun. so alles ausgänge, okay Hufeisen Krankenstation, das ist nicht gut das musste sein da hinten ist einer oh, alles genau angucken was haben wir denn hier Schlüssel zum Obergeschoss wiederholung des Untersuchungsberichts Schlussfolgerung keiner der untersuchten der Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen Ansteckung oder sonstigen Krankheit die empfohlene Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt die Ergebnisse wurden gemäß den Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet warum tun wir das das frage ich mich auch das frage ich mich auch aus Neue Verhaltensregeln gilt, ich habe sofort. Die Wachen müssen jederzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Jeder Versuch der Gefangenen, sich den Wachen zu nähern, wird mit sofortigen disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Drittens, die Gefangenen werden bis auf weiteres in ihren Zähnen festgehalten. Okay. Mit welcher Begründung? Wo ist die Tür? Ah, hier einmal rum und da ist die Tür, okay. War hier nicht noch irgendwo? Da ist auch nicht so schön. Hä? Achso, ich habe noch ein Stück. Oh Gott, hier kommt ja noch mal so viel. Ne, das ist jetzt ein Trakt, wo wir schon waren, aber... Okay. Wahrscheinlich kommen wir hier über die Wachstube wieder raus. Ah, guck mal. Über der Sakristall oder was das war, ne? Ja. Ah! 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 Und hier machen wir bloß die Traktür auf. Okay, ich mach das schon mal. Wenn wir da nämlich dann langlaufen, können wir gleich rechts runter die Treppe und sind raus. Noch ein Stockwerk. Da ist ein Hebel wieder. Oh, warte, warte, da können wir... Das ist vielleicht ganz praktisch, dass wir da speichern können. Vermutlich passiert nämlich hier gleich was. Okay. Auswählen. Oh Gott, ich kann ja was tippen. Krank, 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 krank. Okay. Sick. Sick. Ph道 Private Werner. Soll ich. Was ist das? Ich tippe was als anders. Hä? Ich glaube, wir haben was ganz anderes getippt. Wahrscheinlich wegen dem Schwierigkeitsgrad, oder? Möglich, möglich. Was? Oh Gott. Zur Tür da oben, ne? Komme ich runter. War klar. Und dann. Und dann. Ich komme nicht mehr runter. Ah, ah, weil die falsche Tür. Ach du Kacke. Ich muss komplett durch das Ding durch. Das ist hier aus anderen Gründen. Da lang, ne? Vorne rechts rum. Durch die Besucherzimmer wieder. Oh, oh, oh. Gerade zu durch. Okay, jetzt haben wir die Talbe. Die Taube ist hier runter. Die Treppe runter, die Tür. Okay, in den Keller rein. Ach du Scheiße. War klar. Ich wollte eigentlich auf die Karte gucken. Oh, der Keller. War ich hier nicht schon? War ich hier nicht. Da ist ein Gewicht. Oh Gott. Okay, die Tür können wir wahrscheinlich aufmachen durch irgendeinen anderen Raum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, wo sind wir hier? Oh, da kommen wir raus. Guck mal kurz rum und dann. Okay, wir machen bloß die Tür auf hier. Irgendwo wuselt noch jemand rum. Wir haben bestimmt noch angefallen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Immer vorsichtig. Okay. 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 Uh, da kommt ja keiner. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir vergleichen einmal rundherum hier. Oh. Oh, ich will hier nicht sein. Oh Gott. 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 So, bitte. Wenn ich das jetzt nicht mitnehme, jetzt bist du dran. Was? Oh, shit. Oh, shit.